Hi, ich bin der Bernhard Rauscher und ich bin Lightpainter und nenne mich als Lightpainter Lumenman und male während einer Langzeitbelichtung mit Licht. Ein Lightpainting entsteht ja während einer langen Belichtungszeit, das heißt ich male mit Taschenlampen vor der Kamera. Einerseits sieht man die Lichtquellen, andererseits beleuchte ich aber auch das Auto mit Taschenlampen und mobilen Lichtquellen und ich mache dann durchaus für jedes Foto, was man dann als Endergebnis hat, fünf bis zehn verschiedene Aufnahmen, weil die Lichtquellen unterschiedlich hell sind und die werden dann später am Computer kombiniert. Ich habe so ein paar Lichttools speziell für heute gebaut, insbesondere ein Lightblade, was genau so vier Augen aufgeklebt hatte, die dann ein bisschen fluoreszieren. Vielleicht wäre ich auf sowas gar nicht gekommen, hätte ich nicht genau diese vier Augen probiert, irgendwie mal so irgendwo zu implementieren und dieses Lightblade habe ich jetzt auch verwendet und das hat eine sehr energetische Ausstrahlung, würde ich sagen. Das Ding ist ja auch hier Elektromobilität, da wollte ich was mit Energie machen, das muss energetisch ausschauen, für mich auch organisch, also nicht zu geometrisch, sondern eher sowas zum Energiefluss, da dran zu bleiben und dann bis es perfekt ist. Das ist so wahrscheinlich die größte Herausforderung für mich. Mich inspirieren völlig andere Kunstformen, Design, Künstler, die mit ganz anderen Medien arbeiten, auch aus der Streetart und Graffiti-Szene. Und der Taycan, der hat natürlich so ein paar Formen, die man aufgreifen kann im Lightpainting und darum geht es eigentlich, weil wir haben ja hier hauptsächlich das Auto im Mittelpunkt. Die Inspiration kommt natürlich aus dem Fahrzeug und das probiere ich aufzugreifen mit Licht und da irgendwie was Tolles draus zu machen. Oh! Oh! Oh!